Rottweil ist eine liebenswerte und lebenswerte Stadt. Mein Name ist Carmen Schuler, ich bin 32 Jahre alt und lebe mit meinem Partner in der Innenstadt von Rottweil. Mein Motto ist, nur wer etwas tut, kann auch etwas ändern. Ich stehe dafür, dass Rottweil eine lebendige und lebenswerte Stadt bleibt und auch junge Menschen hier bleiben wollen. Mein Ziel ist es, junge Menschen mehr in das Stadtgeschehen mit einzubinden und gleichzeitig die Interessen der Stadt zu wahren. Deshalb kandidiere ich am 25.05. auf dem Listenplatz 12 für den Stadtrat und würde mich über Ihre Stimme freuen.